Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video über das Staking von Kusama auf Moonriver. Und wenn ihr, genau wie ich, letztes Jahr an den Kusama Crowdloans teilgenommen habt, dann müsstet ihr eigentlich in den letzten Wochen nach und nach eure gesamten Kusama Tokens wieder zurückbekommen haben, denn die Kusama Crowdloans, die laufen ja nur ein Jahr. Nach einem Jahr bekommt man also das, was man investiert hat, wieder zurück. Das Problem ist leider jetzt, aktuell laufen keine neuen Crowdloans, in die man investieren könnte. Und das liegt vor allem daran, dass die Projekte, die damals eine Parachain bekommen haben, dass die jetzt diese Parachains aus eigenen Mitteln verlängern konnten. Sie sind also nicht mehr darauf angewiesen, dass sie einen Crowdloan machen, um die Parachains zu finanzieren. Aktuell also kleine Crowdloan-Flaute, eine Pause und sicherlich kommen in den nächsten Wochen oder Monaten wieder neue Crowdloans, in die man investieren kann. Aber bis dahin lassen wir unsere Kusama Tokens nicht verschimmeln in unseren Wallets, sondern wir staken die. Und ich habe beschlossen, in einen Staking Pool zu investieren, der hier auf Solarbeam läuft. Es ist ein WST-KSM, XT-KSM Pool. Klingt ein bisschen exotisch. In diesem Video erkläre ich genau, was das ist. Und hier gibt es immerhin 40,28% APR. Das ist deutlich mehr, als wenn man zum Beispiel über eine Börse staked oder zum Beispiel am Proof-of-Stake-Algorithmus als Nominator oder Validator direkt teilnimmt. Da gibt es nämlich um die 18, 19 maximal 20%. 40% APR, das ist schon ziemlich gut. Und ausgezahlt wird die APR in Form von drei verschiedenen Tokens, nämlich Solar, Lido und Mover, also Moonriver Tokens. In diesem Pool sind inzwischen schon 5,8 Millionen Dollar in Form von KSM investiert. Ich bin also nicht der Einzige, der auf diese Idee gekommen ist. In diesem Video zeige ich euch ganz genau Schritt für Schritt, wie man in diesen Pool reinkommt. Das Ganze ist nicht ganz so einfach zu strukturieren, aber wenn man ein bisschen weiß, in welche Richtung man gucken muss, dann wird das Ganze schon funktionieren. Und ich erkläre euch jetzt, wie das geht. In diesem Tutorial gehe ich davon aus, dass ihr vor allem Kusama schon gekauft habt. Also wenn ihr das noch machen möchtet, dann könnt ihr das zum Beispiel über Kraken oder über Binance ziemlich einfach. Und ich gehe auch davon aus, dass ihr euer polkadot.js Wallet eingerichtet habt und dass ihr hier auf polkadot.js.org eben eure Assets schon seht. In den Accounts, wenn das nicht der Fall ist oder wenn ihr nicht so genau wisst, wie das geht. Es gibt ohne Ende Material dazu auf YouTube, unter anderem auch von mir. Das eine oder andere Video. Schaut einfach mal nach. Also meine Kusama-Videos sind jetzt so ungefähr ein Jahr her, als sie Crowdloans waren. Und ich werde sicherlich auch das ein oder andere unten in die Videobeschreibung packen. Dann könnt ihr das eben nachholen und euch das Ganze hier fertig einrichten. Ich habe jetzt hier also polkadot.js eingerichtet. Ich habe auch das Wallet umgestellt auf Kusama. Das habe ich hier mit diesem Dropdown gemacht. Also von Allow Use on Any Chain oder Polkadot Relay Chain oder was auch immer bei euch jetzt eingerichtet war. Habe ich umgeschaltet auf Kusama Relay Chain und dann sehe ich hier unter Accounts meine 100 KSM, die ich jetzt also in das Staking einbringen möchte. Und um jetzt am Staking bei Solarbeam teilzunehmen, muss ich es irgendwie schaffen, meine Kusama Tokens rüberzuschieben zu Moonriver. Moonriver, das ist ja eine Blockchain, die zwar auf Kusama läuft, also die zu Kusama dazugehört. Aber sie unterscheidet sich von Kusama dadurch, dass wir nicht mit dem Polkadot.js Wallet arbeiten, sondern dass wir mit Metamask arbeiten. Das ist also eine Blockchain, die im Grunde kompatibel ist mit Ethereum. Hier ist eigentlich fast alles gleich zu Ethereum, nur dass man seine Gasgebühren bei Moonriver nicht in Form von Ether bezahlt, sondern in Form von Mover, Moonriver Tokens. Und auch die braucht man und wie man an die rankommt und wie man das alles macht, das erkläre ich in diesem Tutorial. Der erste Schritt besteht jetzt also darin, dass wir unsere KSM Tokens von unserem Polkadot.js Wallet übertragen zu Metamask. Und das können wir, indem wir ein Feature von Kusama verwenden, das nennt sich Cross Consensus Messaging XC KSM abgekürzt. Und das besteht eigentlich nur darin, dass man von einer Kusama Parachain, von einer Kusama Blockchain Assets rüberschicken kann zu einer anderen. Und wenn die Kusama Tokens im Metamask auf Moonriver angekommen sind, dann heißen sie eben nicht mehr KSM, sondern sie heißen XC KSM, weil sie durch das XC M, durch das Cross Consensus Messaging übertragen wurden. Das kann ich bewerkstelligen, indem ich Lido Finance verwende. Es gibt noch andere Möglichkeiten, aber das hier ist auch wirklich eine der einfachsten. Lido Finance findet ihr unter Lido.fi. Und wenn man hier auf der Seite runterscrollt, dann findet man hier viele Möglichkeiten, Assets zu staken über Lido Finance und unter anderem eben auch Kusama. Und hier kann ich also jetzt meine Kusama Tokens staken, indem ich hier auf Stake Now klicke und da findet sich auch die Möglichkeit der Übertragung. Und zwar findet die sich hier in der Liste oben Stake, Transfers, Wrap, Validators und ich kann hier auf Transfers klicken. Und hier kann ich meine Kusama Tokens, also aus meinem Polkadot.js Wallet übertragen zu Moonriver. Und dafür muss ich Moonriver aber zunächst einmal in MetaMask einrichten. Ich muss Moonriver als Blockchain installieren. Wenn ich das erste Mal auf Transfers klicke, dann kann es passieren, dass ich zunächst einmal autorisieren muss, dass die Polkadot.js Extension zusammenarbeiten darf mit der App von Lido Finance. Das Ganze mache ich jetzt. Ich klicke jetzt hier auf Yes, Allow this Application Access. Und dann gibt es eine Verbindung zwischen dem Polkadot.js Wallet und der App von Lido Finance. Das Ganze sehe ich auch jetzt hier an, dass ich hier also unter Downward sehe, dass ich 100,6873 Kusama in meinem Crypto Train Station Wallet habe. Hier gibt es eine Liste, wenn ihr mehrere Accounts habt, die im Polkadot.js Wallet installiert sind, dann könnt ihr hier aus dieser Liste auswählen, welches Account ihr nehmen möchtet, um eure KSM hier rüber zu schicken. Das ist also jetzt die Quelle, von der aus ihr die KSM Tokens schicken wollt. Und jetzt fehlt noch das Ziel. Das Ziel ist MetaMask. Das mache ich jetzt. Das kann ich jetzt hier verbinden, indem ich auf Connect Wallet klicke. Und dann wähle ich halt hier aus MetaMask. Und dann bekomme ich, wenn ich Moonriver noch nicht installiert habe oder wenn ich noch auf einer anderen Blockchain bin, dann bekomme ich hier eine rote Meldung Unsupported Chain, please switch network in your wallet. Wenn ich hier auf Switch to Moonriver klicke, dann ändert sich MetaMask zu Moonriver. Und wenn ich Moonriver noch nicht installiert habe, dann habe ich hier die Möglichkeit, jetzt Moonriver zu installieren mit ein, zwei Mausklicks, indem ich hier auf Approve drücke und dann umschalte von zum Beispiel Ethereum, wo ich jetzt gerade bin, auf Moonriver. Und dann bin ich im Grunde fertig und ich kann meine KSM Tokens rüber schicken zu Moonriver, indem ich jetzt hier dieses Formular verwende. Und wo ich schon dabei bin, nehme ich XC KSM auch direkt auf in MetaMask als Token. Da gibt es hier so ein kleines Pluszeichen hinter XC KSM. Und wenn ich das anklicke, dann kann ich also den XC KSM Token installieren in MetaMask. Aktuell habe ich natürlich noch keinen XC KSM, weil ich noch nichts übertragen habe. Aber den Token kann ich ja schon mal in die Tokenliste aufnehmen. Und hier unter Assets in MetaMask taucht dann eben der XC KSM auf. Ich schicke jetzt die 100 KSM rüber, die ich rüber schicken möchte. Ich lasse ein bisschen was im Wallet, im Polkadot.js Wallet übrig, um später noch Transaktionsgebühren zahlen zu können. Und dann klicke ich hier auf Transfer. Und jetzt muss ich das Ganze logischerweise im Polkadot.js Wallet bestätigen, denn der Ausgangspunkt ist ja das Polkadot.js Wallet. Das heißt also, meine Tokens kommen von da und deshalb geht es jetzt darum, diese Transaktion hier auf Kusama zu bestätigen. Der Transfer dauert jetzt nicht allzu lange, da bei mir waren es jetzt zwei, drei Minuten. Es kann auch schon mal fünf Minuten dauern, aber es dauert nicht Stunden, sondern eher Minuten. Nach einer Zeit sind die 100 KSM übertragen ins MetaMask Wallet. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Hier unter MetaMask, wenn ich also MetaMask aufrufe, dann sehe ich hier 99,999989K XC KSM. Ein bisschen was ist an Gebühren verloren gegangen, aber es sind ja nahezu 100 KSM, die rübergegangen sind. Wenn ihr jetzt noch nie mit Moonriver gearbeitet habt, dann habt ihr auch noch keine Mover Tokens. Und Mover Tokens brauchen wir ab jetzt, um Gasgebühren zu bezahlen. Also euer Account sollte dann, wenn ihr das erste Mal auf Moonriver seid, hier auf Null stehen. Ihr habt also nicht wie ich hier 1,6 Mover Tokens, sondern ihr habt null Mover Tokens, könnt ab jetzt keine Gasgebühren bezahlen. Und die braucht ihr, um hier weitermachen zu können. Die allereinfachste Methode, an Mover Tokens zu kommen, ist wirklich simpel. Man kauft die Sachen bei Kraken oder bei Binance. Man kann sowohl bei Kraken als auch bei Binance Moonriver kaufen und die dann eben hier auf Moonriver übertragen, indem man diese Adresse, die hier jetzt steht, also im Metamask Wallet, kopiert und dann als Ziel eingibt, wenn es darum geht, Mover Tokens abzuheben. Ich habe jetzt also schon in meinem Wallet die Mover Tokens, um Gas zu bezahlen und außerdem die XC KSM. Aber wenn ich in diesen Pool möchte, dann brauche ich auch WST KSM. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich an die ran? Und die bekomme ich bei Lido Finance. Hier bei Lido Finance kann ich meine XC KSM umwandeln in WST KSM und zwar unter WREP. Unter WREP kann ich hier, hier ist voreingestellt ST KSM, aber ich kann auch direkt die XC KSM nehmen und hier eintragen. Und ich brauche die Hälfte von meinen XC KSM. Ich darf nicht alles umwandeln, sondern nur die Hälfte, weil ich muss ja in dem Pool die eine Hälfte ist XC KSM und dann die andere Hälfte WST KSM einlegen. Also nur die Hälfte. Ich tippe jetzt mal hier 50 ein. Das ist ein bisschen gerundet. Und dann gebe ich das Ganze also hier quasi frei, indem ich hier auf diesen Knopf drücke. Das ist der erste Teil der Transaktion. Ich muss erst mal genehmigen, dass Lido Finance auf mein Wallet zugreifen darf. Und wenn die Transaktion erledigt ist, dann kann ich diesen Knopf hier drücken, um quasi meine XC KSM mit WREP in WST KSM umzuwandeln. Sobald die Transaktion durch ist, nehme ich noch die Gelegenheit wahr und füge den WST KSM meinem Metamask Wallet hinzu. Das mache ich, indem ich hier auf dieses kleine Plus drücke, hinter WST KSM. Und dann habe ich also den WST KSM auch in Metamask drin. Ich gucke mal hier unter Assets und da unten ist der WST KSM. Ich habe 45,44 WST KSM bekommen für meine 50 XC KSM. Woher kommt jetzt diese Differenz? Ich habe ja jetzt weniger WST KSM bekommen, als ich an XC KSM reingesteckt habe. Dazu muss man sich ein bisschen beschäftigen mit dem Staking von Lido Finance. Und ich mache das jetzt hier nur ganz grob. Lido Finance, das ist ein sogenanntes Liquid Staking. Das bedeutet, wenn man hier über Lido Finance seine Kusama-Token staked, und das kann man machen, indem man die in Form von XC KSM Tokens hier in Staking reintut, dann bekommt man ein Asset zurück. Also ich gebe, sagen wir mal hier, die 49 XC KSM in das Staking rein. Dann bekomme ich 49 ST KSM Tokens von Lido Finance zurück. Und mit diesen ST KSM Tokens kann ich alles Mögliche machen. Ich kann die anderen Leuten geben. Ich kann die irgendwie verkaufen und ähnliche Dinge. Jedenfalls immer, wenn ich ST KSM in meinem Wallet habe, dann bin ich berechtigt, hier Rewards abzuholen. Und das sind die Staking Rewards, die Lido Finance für mich erwirtschaftet. Das mache ich also hier über Unstake und dann über Claim. Und das muss ich regelmäßig machen. Das heißt, hier sammeln sich quasi Staking Rewards in Form von XC KSM an. Und sobald ich auf Claim drücke, kann ich die in mein Wallet holen. Und dann kann ich sogar hingehen und die nochmal staken, also die neuen XC KSM nochmal staken. Dann würde ich dadurch eben auch eine APY generieren, also eine Zinseszinsentwicklung in Gang setzen. Das Ganze macht natürlich relativ viel Arbeit, weil ich hier alle paar Tage oder einmal die Woche oder alle paar Wochen, keine Ahnung wie oft, hingehen muss und quasi diesen Vorgang von Hand machen muss. Und weil das Ganze nicht jedermanns Sache ist, gibt es hier eben noch eine andere Möglichkeit. Und zwar kann man seine STKSM Tokens umwandeln in WSTKSM und dann passiert dieses ganze Reward abholen, neu staken automatisch. Denn der WSTKSM Token, der gewinnt immer mehr an Wert im Laufe der Zeit. Also das heißt, wenn ich einen STKSM umwandle in WSTKSM, dann bekomme ich irgendeine Menge an WSTKSM. Sagen wir mal, ich bekomme dann 0,8 WSTKSM zurück. Aus einem STKSM werden also 0,8 WSTKSM. Wenn ich das Ganze ein Jahr dann liegen lasse in meinem Wallet, also den WSTKSM ein Jahr behalte, dann hätte ich am Ende die Möglichkeit, nach einem Jahr den WSTKSM wieder umzuwandeln in STKSM und bekäme dann statt 0,8 STKSM ungefähr einen STKSM, weil ich hätte ja circa 15, 16 Prozent APA bekommen, ist jetzt also grob gerundet. Also das heißt, der WSTKSM, der steigt im Laufe der Zeit im Wert entsprechend der Staking-Einnahmen von Lido Finance. Und so kommt es, dass ich also immer weniger WSTKSM für einen STKSM bekomme. Und weil der STKSM und der XTKSM im Verhältnis 1 zu 1 getauscht wird, ist es also so, dass der XTKSM im Vergleich zum WSTKSM im Laufe der Zeit an Wert verliert. Und dadurch bekomme ich immer weniger WSTKSM für meine XTKSM, je länger es Lido Finance gibt. So erklärt sich also die Differenz. Im Dollarwert sind die beiden also jetzt erst mal, nachdem ich die gewrappt habe, gleich. Und jetzt kann ich hier meine Einlage machen bei Solarbeam. Ich gehe hier auf Farm, dann suche ich hier mit KSM mir den richtigen Pool aus. Das ist der WSTKSM, XTKSM Pool. Und dann klicke ich hier auf Add Liquidity, weil ich muss ja jetzt meine Tokens erst mal einzahlen in den Liquiditätspool, in den Liquidity Pool. Und dann trage ich hier also ein, den WSTKSM und hier unten den XTKSM. Der müsste eigentlich schon voreingestellt sein. Gehe hier auf Maximum beim WSTKSM oder beim XTKSM, je nachdem, was funktioniert. In diesem Fall funktioniert es, indem ich hier beim WSTKSM auf Maximum drücke. Und dann kann ich meine Assets hier einzahlen mit Confirm, Adding Liquidity. Möglicherweise muss man beide Tokens noch freischalten. In diesem Fall, weil ich das Ganze jetzt vorher schon mal gemacht habe, reicht eine Transaktion. Eventuell sind es bei euch dann drei Transaktionen, die ihr hier unterschreiben müsst. Und sobald die Transaktion durch ist, gehe ich hier wieder auf Farm, suche den entsprechenden Pool aus und klicke den an. Und dann müsste ich hier eine gewisse Menge an Pool-Tokens haben. Das sind hier kleiner als 0,0001. Das ist ganz normal, dass die Liquidity Pool-Tokens, die ich bekomme, wenn ich hier eine Einlage mache, eben auch manchmal so eine sehr geringe Zahl haben. Wichtig ist, dass dahinter ja auch der Dollarwert steht. Und das waren ungefähr 4.500 Dollar, also 100 KSM-Tokens. Und dann klicke ich hier auf Maximum, weil ich will ja alles staken. Klicke auf Approve & Stake, muss hier eine Transaktion unterschreiben und dann noch eine. Und sobald die Transaktion durch ist, bin ich in diesem Staking Pool drin und verdiene die APR, die inzwischen ein bisschen runtergegangen ist, nämlich auf 39,88%. Jetzt mal ganz kurz, wenn ich aus dem Pool wieder raus möchte, wie mache ich das? Als erstes muss ich hier unstaken, indem ich also jetzt hier quasi die auf Maximum klicke und die Tokens, die ich in diesem Pool habe, erst mal wieder raushole. Und es geht jetzt hier um die LP-Tokens. Die LP-Tokens, die ich eingelegt habe, sind 0,000474 und so weiter. Das ist also ein sehr kleiner Betrag, macht aber nichts. Es sind wirklich insgesamt 4,568 Dollar. Ich klicke hier auf Unstake und wenn die Transaktion abgeschickt ist, dann kann ich hier auf Remove Liquidity klicken. Möchte hier auch das Maximum aus dem Pool rausholen, also alle Tokens rausholen. Klicke hier auf Approve und dann auf Confirm Withdrawal. Und dann habe ich beide Tokens in meinem Wallet. 50 XT KSM und 45,44 WST KSM. Die Zusammensetzung, die kann leicht variieren. Also das heißt, im Laufe der Zeit verändert sich quasi die Zusammenstellung der Tokens, die ich aus dem Pool raushole. Insgesamt sollte es aber ungefähr dieselbe Menge sein an KSM, die letztendlich am Schluss rauskommen. Mit Swap gehe ich dann nochmal hin und tausche die WST KSM, die ich habe, um in XC KSM. Damit ich alles in Form des gleichen Assets habe. Und jetzt habe ich nur noch XT KSM in meinem Wallet. WST KSM habe ich umgewandelt in XT KSM und die kann ich jetzt hier bei Lido Finance wieder zurückschicken, indem ich hier auf Transfers upward gehe, nicht mehr downward, sondern upward. Und die gesamten XC KSM, die ich jetzt in meinem Wallet habe, wieder zurücktransferiere auf Kusama. Und sobald diese Transaktion durch ist und ein bisschen Zeit vergangen ist, sowas dauert in der Regel 10 Minuten oder viertel Stunde, dann habe ich meine Kusama Tokens wieder zurück in meinem Polkadot.js Wallet auf der Kusama Relay Chain. Und wenn sich dann nach einiger Zeit Rewards angesammelt haben, dann kann ich die abholen mit dem Knopf Harvest All hier links. Hier stehen jetzt 72 Dollar an Rewards aus und wenn ich jetzt genau wissen möchte, wie die sich zusammensetzen, dann gehe ich in den Pool rein. Hier unter My Farms kann ich das Ganze aufklappen. Dann gibt es hier auch einen Harvest Knopf und der gibt mir genaue Auskunft darüber, wie sich die Rewards zusammensetzen. Es sind 14,4 Solar, 25,99 Lido und einer ungefähr ein Moonriver, ein Mover Token. Die kann ich abholen mit einem der beiden Knöpfe. Und zwar klicke ich jetzt hier auf Harvesting, 14,4 Solar und so weiter, also auf diesen großen Knopf hier unten und schicke die Transaktion ab. Und sobald die Transaktion dann durchgeführt wurde, befinden sich die Rewards in meinem Wallet. Die Frage ist jetzt natürlich, was mache ich mit den Rewards? Ich habe jetzt drei verschiedene Tokens und sicherlich ist hier nicht die Idee, jetzt diese drei Token zu akkumulieren, Mover und Lido und Solar, sondern man möchte das Ganze in irgendeiner Form weiterverarbeiten, zum Beispiel indem man KSM davon kauft oder sogar in Stable Coins umwandelt. Und hier gibt es ein kleines Problem, und zwar, wenn man den Mover Token, den einen, den ich jetzt bekommen habe, wenn ich den umwandeln möchte in USCC, dann ist das kein Problem, genau wie die Solar Tokens umzuwandeln, denn die Solar Tokens, das ist eigentlich nur ein minimaler Betrag. 14,4 Solar ergeben gerade mal 1,48 Dollar. 48 ist also eigentlich nicht die Rede wert, dient eventuell dazu, ein bisschen das Gas zu kompensieren, was man hier ausgibt oder so. Aber der Lido Token, und das ist hier der Löwenanteil der Rewards, der ist hier einem ganz schönen Price Impact unterlegen. Jetzt in diesem Fall bei den 25,99 Lido Token sind es immerhin schon ein halbes Prozent, das ich hier verliere. Und angenommen, ich hätte jetzt, sagen wir mal, die zehnfache Menge, dann hätte ich schon einen Verlust von 4 Prozent, nur dadurch, dass ich den Lido Token umwandele in einen Stablecoin. Und sehr viel besser sieht es auch nicht aus mit dem Mover Token, denn wenn ich jetzt also den Lido einfach in Mover umwandele, dann habe ich immer noch diesen Price Impact. Bei jetzt der vorhandenen Menge, also 26 Lido, da würde ich das hier irgendwie, denke ich mal, auch in Kauf nehmen. Aber wenn es dann um größere Beträge geht, dann habe ich hier durchaus ein Problem. Ebenso ungünstig sieht es aus, wenn ich jetzt einfach die Lido Tokens rüberbrücken möchte nach Ethereum. Zum einen, ich kann 26 Lido Tokens gar nicht rüber schicken, denn der minimale Betrag liegt bei 33 Lido ungefähr. Also bin ich noch nicht an dem Punkt angekommen. Und selbst wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, 100 hätte, 100 Lido, dann verliere ich immerhin 30 Lido Tokens, um rüber zu kommen zu Ethereum. Auf Ethereum hätte ich zwar nicht so eine hohe Slippage, also nicht so einen hohen Price Impact, wenn ich Star Swappen würde, da würde ich schon einen reellen Preis bekommen. Aber ich verliere durch das Bridgen halt schon mal einen großen Teil meiner Tokens. In diesem Fall ist es ja fast ein Drittel. Und das geht überhaupt nicht. Das Ganze bessert sich allerdings bei größeren Beträgen, wie man sieht. Denn 30 ist einfach die Gebühr, die das hier kostet. Und wenn ich also 1000 Lido Tokens rüber schicken wollte, dann würde ich auch 30 zahlen, genauso wie bei 100. Das heißt, bei kleinen Beträgen lohnt sich das Bridgen schon mal nicht. Und bei großen Beträgen ist es tatsächlich so, dass die Slippage sehr, sehr hoch ist. Man kann also im Grunde sagen, bei großen Beträgen lohnt es sich, die Lido Tokens rüber zu Bridgen zu Ethereum und da weiter zu arbeiten. Und bei kleinen Beträgen, da lohnt es sich eventuell, die Lido Tokens doch umzuwandeln in zum Beispiel Moonriver Tokens. Denn man hat hier zwar eine Slippage, aber die ist nicht ganz so hoch wie die 30 Prozent im Fall, dass man das Ganze rüber Bridget. Und es gibt jetzt noch eine Alternative zum Umwandeln der Lido Tokens. Und zwar kann man die Lido Tokens hier in eine Farm stecken. Diese Farm, die setzt sich zusammen aus LDO und Mover Tokens. Und das Ganze bringt immerhin 50 Prozent APA. Naja, je nachdem, je nach Größenordnung lohnt sich eventuell der Aufwand nicht. Denn wenn man hier 50 Dollar oder so an Wert reinsteckt, dann wird da auch nicht sehr viel rauskommen. Sind dann immerhin 25 Dollar, die man in einem Jahr damit verdienen kann. Die meiner Meinung nach beste Alternative und so mache ich das auch, besteht darin, die Lido Tokens umzuwandeln in XT KSM. Ich habe zwar hier auch eine Slippage von in diesem Fall 0,44 Prozent. Das heißt also, ich mache ein bisschen Verlust beim Umtauschen. Aber der Vorteil besteht einfach darin, ich kann die XT KSM weiterverarbeiten. Zum Beispiel in dem Pool, in dem ich ja investiert bin, also quasi meine Einlage erhöhen und dadurch eine Art Zinseffekt mitnehmen und dann noch mehr zu profitieren. Denn die 40,3 Prozent, die dieser Pool zurzeit abwirft, das ist ja nur eine APA. Da ist ein Zinseszinseffekt noch gar nicht mit eingerechnet. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, diesem Tutorial zu folgen und ihr seid jetzt auch drin in dem Pool und genießt die APA von 40 Prozent. Zurzeit jedenfalls, das Ganze ist ja doch ein bisschen komplizierter, als jetzt einfach die Tokens an irgendeine Börse zu schicken, dafür aber fast doppelt so viel APA. Die Arbeit lohnt sich also irgendwie. Ich bin jetzt seit einigen Wochen hier bei Solarbeam im Kusama Staking drin und bin auch ganz zufrieden. Ich muss allerdings dazusagen, dass die APA vor einigen Wochen sehr, sehr viel höher lag. Da war die bei 50, 60, 70 Prozent. Es hat sich etwas reduziert, weil doch einige Leute jetzt auch dahinter gekommen sind, wie das Ganze geht und jetzt der Pool schon recht voll ist. Damals waren noch um die 3 Millionen Dollar drin. Jetzt sind es schon fast 6 Millionen. Und wenn das Ganze so weitergeht, dann wird es für mich auch irgendwann Zeit, hier wieder rauszugehen. Ja, also mein Gefühl wäre so, bei ungefähr 30 Prozent APA aller spätestens die Reißleine zu ziehen und dann zu verschwinden, weil man hat hier schon ein erhöhtes Risiko. Immerhin gibt es viele verschiedene bewegliche Teile in dem ganzen Konstrukt, wie zum Beispiel Lido Finance. Es gibt ein paar Smart Contracts, die bei Lido Finance beteiligt sind. Plus noch das Ganze, was bei Solarbeam dahinter ist, die Liquiditätspools, die Farm und so weiter. Das ist also sehr viel riskanter als zum Beispiel über eine Börse oder indem man direkt am Proof-of-Stake-Algorithmus teilnimmt. Insofern finde ich es dann bei 30 Prozent APA nicht mehr gerechtfertigt, dieses Risiko einzugehen. Das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Also ich wäre so bei um die 30 Prozent APA dann eben raus und würde eine sichere Variante bevorzugen. Und natürlich, wenn ein neuer Crowdloan kommt, der interessant ist, in den ich investieren möchte, dann werde ich auch hier meine Position entsprechend reduzieren und in den Crowdloan reingehen. Und darüber mache ich dann auch ganz bestimmt ein eigenes Video. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. 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 Tschüss.